Musik Hier haben wir auf den Toni, den Anna Mazzotti und den Widmer Beat, ein wenig auf dem Höferroß, er ist ganz partless. Herzlichen Applaus! Ganz im heissen Typen! Wenn wir das braun machen, dann dürfen wir auch noch etwas mehr quatschen. Musik So, jetzt schauen wir mal, ob die Windschlüprigkeit das ausmacht, oder ob die Wandigkeit für den Toni. Musik Und los geht's! Hopp, 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 hopp! Komm, wir füren jetzt ein wenig an! Musik 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 Schicken Musik Musik Und da hat der Grosser, der in den Bad Ose, der der Beat. So, dann haben wir da zwei Damen, Oswald Karin und Cori Müller. Cori Müller auf dem Schwarzen und Karin mit der Zepp, wo man sich nicht gewohnt ist. Und unser Heissblüter kommt nachher den Pulli holen. So, Karin und Cori machen sich bereit. Mal schauen, was die zwei machen. So, kommen, kommen, hopp, 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 hopp. Und jetzt ist das ein Tanz. Und wenn du, 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 du. Hopp, 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 hopp. Dankuna, Cori. So, wir kommen mit den ersten zwei zum Start. Wir kommen mit den Jacklin. Wir kommen mit den Jacklin und hier sind, wir sind Christa mit den blonden Männern. Also vom Russen. So, und los geht's. Hier sind die Christa mit dem Felix. Heilig! Ja, ich bin nicht verletzt. Jetzt sind die Christa mit dem Felix. Heilig! 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 Es gibt so viel mehr zum Sehen.